Eine Landingpage ist doch eigentlich viel besser als eine Präsentation. Das war gestern eine Aussage aus unserem Vertriebsmaschine-Unternehmer-Austausch. Und da war das Kernthema nämlich, mehr Kunden und mehr Umsatz durch klares Storytelling auf deiner Home-Landingpage. Wir haben das eifrig diskutiert und da war eben eine solche Aussage mit drin. Und das hat natürlich viele Hintergründe. Welche alle? Diskutiere ich mit Daniel nach dem Intro. Einen wunderschönen guten Tag, Herr Ströbel. Guten Tag. Die PowerPoint und Landingpage, ich fühle mich zu Hause. Aber es war geil, das kam so bestätigend, dann auch mit so Beispielen, hey, ich kann es dann messen, wenn die Leute auf einer Landingpage sind. Und was ich cool fand, dass auch sofort kapiert wurde, und ich kann es aktuell halten. Überleg mal, du änderst eine PowerPoint ab, die du schon, keine Ahnung, 50 Leuten geschickt hast. Ja, stimmt. Frage, schickst du es in den 50 nochmal? Und eine Landingpage ist immer aktuell, egal zu welcher Zeit der oder diejenige drauf geht. Das ist ja das Witzige. Also über eine PowerPoint, dahinter fragt keiner den Sinn, ja klar, mal eine Unternehmenspräsentation und einen Pitch und will ich vielleicht noch so etwas wie eine Imagebroschüre und so weiter. Und das Ding ist in dieser Sekunde alt, wo du es fertiggestellt hast und verschickst. Und in der Sekunde, wo du es verschickt hast, hast du auch keinen Zugriff mehr drauf. Ja. Und das ist schon ungeschickt, wenn du das an Kunden schickst. Das ist noch ungeschickter, wenn du es vielleicht an einen Vertriebspartner schickst, weil die Gefahr besteht, wenn du irgendwann mal ein Update schickst, die Netzen nutzen immer noch das alte Ding, was auf der C-Festplatte liegt. Ja. Und bei Landingpage besteht einfach noch ganz oft diese Wahrnehmung, ah, das dauert lang und es kostet einen ganzen Haufen Geld und, und, und. Ja, die erste, die du machst, wird lang dauern, weil du keine Erfahrung damit hast. Und die zweite geht schon schneller und ab der dritten ist es völlig normal. Und wie du gerade gesagt hast, das Geniale ist, schick dieses Ding quasi in den Orbit, stell es rein. Zwei Wochen später hast du einen neuen Kundenfall oder Testimonial. Ja, dann packst du es noch mit drauf. Jetzt haben wir einen Kunden, die wollen bewusst auf einer Messe die Landingpage so haben, dass du, wenn du mit jemandem dort sprichst, quasi anhand der Landingpage mit durchgehen kannst. Somit ist ein Video ungeschickt, weil du würdest dich ja nicht mit jemandem hinstellen und drei Minuten Video gucken. Ja. Also muss da die Story jetzt eher mit Icons und Aussagen da sein. Ja. Und natürlich wollen die die Gesprächspartner direkt dazu kriegen, unten dann auf den Call to Action zu drücken und schon mal ihren Namen einzutragen. Sehr clever. Gleichzeitig haben wir geplant, sobald die Messe rum ist, wird der obere Teil zusammengefasst und durch ein Kurzerklärvideo ersetzt. Mach das mal mit einem PDF, mit einer Präsentation. Keine Chance. Und wie genial ist denn das? Wir hatten ja auch einen ganz wichtigen Punkt. Das alles hilft dir ja nur weiter, wenn du auch wahrgenommen wirst. Also die tollste Homepage und Landingpage, ohne dass einer draufkommt, funktioniert ja nicht. Das war ja, ich sag mal, das war einmal die Grundvoraussetzung, die wir gegeben haben. Natürlich muss diese Homepage oder diese Landingpage auch irgendwie, ich sag mal, mit Besuchern versorgt werden. Man sagt immer so schön, da muss Traffic drauf sein. So, na klar, aber davon sind wir mal ausgegangen. Aber wir haben ja gestern... Wir gehen da mal davon aus. Und ja, klar. Ja, natürlich. Also die Standards, die wir ja immer hören. Also banal fängt es an mit, wir sollten mal wieder unsere Homepage überarbeiten. Egal aus welchem Grund. Das ist so dieses, ja, ich habe mich langsam dran satt gesehen und vielleicht muss es mal ein bisschen bunter und klickermäßiger werden. Wenn es ein bisschen fundierter wird, kommt schon so, wir werden nicht für das wahrgenommen, was wir eigentlich tun und wir kriegen auch keine Anfragen da drüber. Dann bin ich ja schon auf der nächsten Erkenntnisstufe, dass ich sage, ich will mit der Homepage ja irgendwas erreichen. Und dieses, na klar, ist der zentrale Punkt schlechthin. Eine hübsche Homepage hilft dir nichts, wenn keiner draufkommt. Und schon wieder sind wir an dem Punkt, ich brauche Außenwirksamkeit und dann kann ich eine Landingpage ja viel geschickter nutzen. Du machst ein Posting auf LinkedIn oder eine Werbung oder weißt du, Deibel, kannst du ja direkt verlinken. Natürlich und ich fand auch ein Beispiel gut, wo jemand gesagt hat, ich bin einfach mit dem QR-Code unterwegs. Ja. Ich schicke dir, ich gebe dir den QR-Code, ihr könnt da abscannen. Du hast jetzt das Beispiel mit der Messe gebracht und dem Durchführen im Prinzip. Heutzutage ist es doch immer mehr, also ich kenne ganz viele Vertriebseinheiten, die alle mit dem Tablet unterwegs sind und dann ist die Landingpage ja wie eine Art Präsentation. Und da kannst du mit ganz unterschiedlichen Themen fungieren. Und der Vorteil natürlich auch von so einer Art und Weise, und da gab es gestern auch ein interessantes Kommentar dazu. Ach, by the way, jetzt haben wir schon zwei, dreimal über den Unternehmeraustausch gesprochen. Ich hole euch mal geschwind ab, was unser Unternehmeraustausch ist. Bing, bing, bing. Werbung in eigener Sache, genau. Der Unternehmeraustausch ist nichts anderes wie eine Community von Gleichgesinnten, Geschäftsführern, Vertriebsverantwortlichen, die wir zusammenbringen mit einem Impulsthema, beispielsweise jetzt mit dem Thema Landing und Homepage, und wir dann einen kleinen Impuls geben und danach in eine wirklich sehr ausgiebige Diskussion zu dem Thema gehen und jeder kann seine Ansichten mit reinbringen. Und das machen wir einmal im Monat. Jetzt war es am Dienstag, den 14.05. Das nächste Mal ist am 11.06. Und wer Bock hat, gerne mal auf unsere Homepage gehen, www.vertriebsmaschine.com. Gibt es oben rechts so einen kleinen Button, da ist Unternehmeraustausch. Da sind alle Termine drin, da sind alle Infos drin zum nächsten Austausch. Und auf der Landingpage zum Unternehmeraustausch sind auch die Inhalte vom letzten, also vom ersten Unternehmeraustausch drin und werden zukünftig auch alle weiteren kommen. Also wenn ihr Bock habt, da einmal drauf gehen. So, bing, 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 wieder zurück. Kleine Anmerkung noch. Das war keine spontane Idee, machen wir mal. Wir haben mehrere Runden unserer Vertriebsmaschine hinter uns und es war immer Bestandteil in so einem Batch, dass wir einen Austausch unter den Unternehmern untereinander fördern, die da mit drin sind. Aber dann hast du natürlich immer nur isoliert die Gruppe, die gerade in dieser Gruppe auch drin ist. Und es war jedes Mal so wertvoll, dass wir gesagt haben, wir müssen das herauslösen, weil der Austausch, also es war dieses Mal ja auch wieder das Fazit, hey, super Stimmung, mei, haben wir gelacht und toll die Themen diskutiert, vor allem auch kontrovers, ist ja auch noch wichtig. Absolut. Gott ist die Zeit schon wieder rum, wir freuen uns schon das nächste Mal und genau um das geht es, Austausch. Und wir hatten schon ganz oft, dass dann plötzlich auch die Lichter angegangen sind. Ach was, du kannst mir in dem Bereich mit Sondermaschine weiterhelfen. Ach, du kannst den Teil liefern. Also, kommt, Werbung Ende. Genau, Werbung Ende. Ding, ding, ding. Und gerade das Kontroverse möchte ich gerne aufgreifen, weil damit wollte ich eigentlich vor unserem Werbeblock noch weitermachen. Wir hatten nämlich eine Kontroverse, weil was passiert denn, wenn du eine Landingpage hast und zum Beispiel jetzt so eine Aktion machst, wie du sie beschrieben hast oder wie einer der Teilnehmer sie beschrieben hat mit seinem QR-Code und dann kannst du dich da eintragen und so. Naja, die Personen, die sich da eintragen, kommen ja ganz automatisch in deinen Vertriebsprozess. Die landen vielleicht im CRM-System oder in einem anderen Datenmanagement-System, genannt Excel. Also, die Daten landen irgendwo. Und dann fängst du ja an, mit diesen Daten zu arbeiten. Dann rufst du die mal an, du schreibst ihnen vielleicht, du musst ihnen was schicken, weil er das so vereinbart hat. Die sind in einem Verkaufsfunnel, einem Sales-Funnel, einfach in deinem Vertriebsprozess, in nichts anderem. Und wir hatten einen Unternehmer mit drin, der relativ schnell, nachdem wir das so beschrieben haben, ja, und dann klickst du da und dann landest du da im CRM-System, dann sagt er, ich halte überhaupt gar nichts von dem Thema Funnel. Mich persönlich nervt es, ich habe da überhaupt gar keine Lust drauf. Und dann sitzen da natürlich, ich weiß gar nicht mehr, zehn andere Leute, die dann so sagen, ja, aber hä, macht doch überhaupt keinen Sinn, guck mal. Und dann hat er mal geschwind Perspektiven gekriegt, die er vielleicht vorher gar nicht so wahrgenommen hatte. Und dann ist er wirklich tatsächlich am Schluss hingegangen und sagt er, also über dieses Thema Sales-Funnel muss ich jetzt tatsächlich nochmal nachdenken. Weil ich glaube, das bringt uns wirklich was. Und diese, diese... So wie ich den kenne, hat er es jetzt auch schon eingerichtet. Also wir kennen ihn. Und es ist ja tatsächlich so, diese Landingpage, wenn wir es mal auf die Landingpage beschränken, weil eine Homepage kann auch so eine Funktion haben, aber wenn man es jetzt mal Landingpage ist, da ist meistens der Zweck relativ eindeutig oder noch eindeutiger. Und da kommt jemand, wie der Daniel vorhin beschrieben hat, über eine Google-Werbung auf diese Landingpage, weil es um ein ganz bestimmtes Thema geht. Dann wollen die da was runterladen oder tragen sich vielleicht für ein Gespräch oder für eine weiterführende Diskussion ein etc. und dann landen die in eurem Funnel. Und am Ende des Tages bringt es euch ja einfach nur mehr Interessenten zu einem ganz gezielten Thema. Und diesen Weg einmal zu durchdenken, ist die eine Aufgabe, die Landingpage dann auch so zu bauen, dass die Leute wissen, was kriege ich da, übergreifen, was kriege ich da und wie geht es weiter. Und dann ist dieser Sales-Funnel vielleicht für dich, weil du es selber auch ganz ungern nutzt, eher nicht so spaßig oder liefert eben vielleicht nicht so viel Spaß. Wie gesagt, er hat keine Lust dazu. Aber auf der anderen Seite, der Daniel hat es gestern auch im Unternehmeraustausch dann ziemlich direkt auch gesagt, sagt er ja, aber guck mal, Newsletter mag keiner, funktioniert. Landingpage mag anscheinend keiner, funktioniert. Sales-Funnel mag anscheinend keiner, funktioniert. Und dann ist doch ein Einfaches zu sagen, Ich kenne auch keinen, der anscheinend freiwillig auf LinkedIn geht, um sich da irgendwas anzugucken. Tatsächlich. Anscheinend. Doch, gestern habe ich einen kennengelernt, der war auch gestern im Ausdauer, der gesagt hat, er geht ganz aktiv nicht auf Landingpages, sondern aktiv auf LinkedIn. Einer, gut, Nummer eins. Aber ja, aber du hast recht. Ganz wichtig, das war ja der Part beim Funnel. Wir plädieren nicht für so einen platten Funnel, wo du schon merkst, hey, eigentlich steckt da gar nichts dahinter. Und es soll nur abgreifen und nachher blöde Werbung schicken. Es geht immer darum, ganz klar die Perspektive von dem einzunehmen, der da auf die Seite kommt, dessen Problem aufzugreifen und echte Lösungen zu liefern. Also da steckt auf jeden Fall was dahinter. Und dann ist doch zum Schluss die Frage, wenn es darum geht, noch einen weiteren Mehrwert anzubieten und versuchen, die Kontaktdaten zu kriegen. Natürlich ist das dann nicht für jeden und nicht jeder wird sich eintragen. Aber wenn du es nicht anbietest, wird sich keiner eintragen, weil er die Chance nicht hat. Und es wird auch keiner was runterladen. Man muss immer sehen, was ist denn eigentlich die Alternative dazu. Und es ist einfach so, vielleicht mal ganz kurz zur Abgrenzung, weil wir merken auch immer, dass in der Diskussion die Begriffe alle übereinander geworfen werden. Von wegen Website und Homepage und Landingpage ist doch eigentlich alles das Gleiche. Nee, ist es nicht. Website ist das Gesamtkonstrukt. Homepage ist deine Startseite, auf der du landest, wenn du www.deinefirma.de eingibst. Und Landingpage bedeutet eigentlich erst mal nur, dass du eine Unterseite hast, egal ob du die im Menü sehen kannst, ja oder nein, die du dann aber direkt ansteuerst. Sascha, wir bringen immer unsere zwei Beispiele. Wenn du eine Werbung siehst, für Pfannen oder für rote Turnschuhe. Ich komme immer mit den roten Turnschuhen und du immer mit den Pfannen. Und du klickst da drauf und du landest dann auf der Startseite von dem Versandhaus und du musst dich durchklicken zu Schuhe und Marke und tralala. Hast schon keinen Bock mehr. Dann war es das. Dann bin ich auch weg. Und die Landingpage soll quasi dir dieses eine Thema aufgreifen, das möglichst schnell, wie bei einem Pitch, durchstrukturiert sagen, für dich ist es, das ist das Problem, das sich löst, das ist der Mehrwert, den du kriegst und so kommst du ran. Und dann hast du einen riesen Mehrwert in deinem Marketing- und Vertriebsprozess. Darum geht es. Und es gibt einen ganz, also es gibt natürlich zwei, drei Knackpunkte, wie du die Seite aufbauen kannst. Aber der wichtigste Part wirklich ist quasi das Startbild, das du siehst, wenn du auf die Seite kommst, ohne zu scrollen. Das Ding heißt Header. Ja. Weil, du musst dir nur eins vorstellen. Jetzt haben wir vorhin gesagt, für deine Homepage oder Landingpage interessiert sich erstmal überhaupt niemand. Du musst dir auch erstmal schaffen, dass du wahrgenommen wirst und einer einen Grund hat, da drauf zu gehen. Jetzt hast du es schon so weit geschafft, dass einer deine Seite anschaut. Und jetzt sieht der, macht das gern mal, ruft mal eure eigene Seite auf und schaut mal, was es euch als erstes anzeigt. Und überlegt mal, wenn eure gewünschte Zielgruppe da drauf geht, was geht denn denen durch den Kopf? Finden die das gut? Weil keiner hat Lust in der heute medial überfluteten Welt erstmal Grundlagenforschung auf deiner Homepage zu betreiben, was das wohl ist, was du anbietest und wo du es versteckt hast. Und dann muss er noch über deine Unternehmenshistorie drüber scrollen, weil du nicht gewusst hast, was du auf die Homepage schreiben willst und erstmal angefangen hast, dass das Ding 1847 von deinem Urgroßvater gegründet wurde. Das hilft mir ja nicht weiter. So, ich schaue da drauf, bin schon aus einem gewissen Grund da drauf. Ich will ein Sonderwerkzeug kaufen. Ich brauche jemanden, der mir eine Maschine konstruiert oder eine Dienstleistung völlig wurscht. Dann will ich doch auf den ersten Blick sehen, bin ich hier richtig? Bin ich eigentlich der Adressat, für den es gemacht ist? Habe ich die Hoffnung, dass es weiter scrollen sich lohnt? Und verstehe ich die Lösung, die du mir da eigentlich anbieten willst? Vertraue ich dir und dem Ding, was ich da sehe? Im Normalfall heißt ihr nicht Daimler oder Siemens oder Porsche und ihr habt schon Vertrauensvorsprung. Wenn man euch nicht gleich als, vielleicht auch als Hidden Champion kennt, schaue ich da drauf und denke mir, ja ist das jetzt so eine kleine Glitsche? Ein Mannbude aufgeblasen als GmbH, wie viele Leute stecken dahinter? Haben die ordentliche Kunden? So, sehe ich da mit wem ihr zusammenarbeitet oder dass du noch in fünf Verbänden bist und so weiter? Sowas. Und was gilt es als nächstes zu tun? Jeden Nerven die bunten Knöpfchen, wo es heißt, jetzt zu deinem Angebot oder jetzt das Ding kalkulieren, aber es gibt einen ganz klaren Auftrag, wie es weitergeht. Checkt das mal. Und all das, was wir die letzten drei Minuten reingebracht haben zu, wie ist der Header aufgebaut und auch, wie soll ich nachher, da sind wir jetzt bewusst gar nicht bis in die Tiefe reingegangen, wie ist diese Gesamt-Landing-Page aufgebaut, wie so eine Art Pitch. Haben wir alles im Unternehmer-Austausch zum einen als kurzen Impuls reingebracht und auch ein sehr strukturiertes, knappes Handout dazu gebaut in dieser Art und Weise, dass du es direkt anwenden kannst. Kontaktier uns, wir schicken es dir. Ja, und ich möchte noch einen kleinen Mega-Hack dazugeben. Ein kleinen Mega-Hack. Ding, ding, ding. Wenn du nicht weißt, was du draufschreiben sollst, weil du nicht das Problem deines potenziellen Kundens wirklich für dich rausarbeiten kannst, vielleicht kennst du es, aber kannst du es nicht so richtig formulieren. Kleiner Tipp, frag doch mal ein paar deiner Kunden. Frag doch einfach mal, was sie gerne sehen würden, was das ihnen helfen würde, wenn sie auf deine Homepage gehen. Du wirst überrascht sein, was du für Antworten kriegst und einen Großteil davon kannst du zusammenraffen und auf deine Homepage packen. Und dann können sich andere damit auch identifizieren, weil die 10, die du gefragt hast, von denen gibt es mit Sicherheit nochmal 10, 15, 20 da draußen. Das kann ich euch noch mitgeben. Das klingt so banal, aber ganz ehrlich, machen wir regelmäßig mit unseren Kunden. Das ist ein kleiner Mega-Hack. Im Neudeutsch heißt es so schön Discovery Call. Heißt, ich rufe den an, um was rauszufinden und nicht ihm irgendwas zu verkaufen, was er nicht will. Haben wir schon ganz oft gemacht. Die Kunden sind definitiv auskunftsfreudig. Dann wird die Homepage oder die Landingpage da danach gebaut und ratet mal, was die Feedbacks danach von den Leuten sind. Endlich hat uns mal einer verstanden. Was für eine geile Homepage. Ganz vieles davon. Aber der Daniel hat recht. Kontaktiert uns gerne. Daniel Ströbel, Sascha Gleisner über LinkedIn. Schreibt gerne eine E-Mail über die Homepage oder die Website. Da findet ihr unsere E-Mail-Adresse. Dann schicken wir euch gerne das Handout zu. Impuls gibt es auf der Unternehmensseite. Und alles Weitere gerne anmelden für den 11.06. Könnt dabei sein. Oder die Termine, die danach noch alle kommen. Also wir werden das jeden Monat jetzt machen. Und die Termine sind durchgeplant. Die Themen stehen fest. Ihr könnt mit dabei sein. Daniel, wir sind für heute raus. Macht's gut. Ciao, ciao. Ciao. Ciao.